Herzlich Willkommen auf dem virtuellen Messestand von Volkswagen Nutzfahrzeuge. Mein Name ist Markus Döring, ich bin Bezirksleiter für Spezialfahrzeuge und ich möchte Ihnen heute hier eine Besonderheit vorstellen, den E-Crafter mit Kipperaufbau. Dieser Umbau wurde realisiert von einer Firma aus den Niederlanden. Die Firma FED ist Premium Partner von Volkswagen Nutzfahrzeuge und erfüllt sämtliche Qualitätsrichtlinien und Anforderungen von Volkswagen. Dieses Fahrzeug basiert auf einem E-Crafter Kastenwagen. Die Firma FED kann drei verschiedene Versionen anbieten, einmal ein Flachbett, einmal eine Pritsche und einmal einen Kipper. In dieser Version sehen wir hier den Kipper mit einer Zuladung von 742 Kilogramm. Die Firma FED verfügt über eine Unbedenklichkeitsbescheinigung seitens Volkswagen Nutzfahrzeuge und dies bedeutet, dass eine Garantie für das gesamte Fahrzeug über zwei Jahre erhalten bleibt. Das Fahrzeug verfügt im Seitenbereich und Heckbereich über 300 mm hohe Seitenflachten, im vorderen Bereich 500 mm. Diese Seitenflachten sind Klapper auf 90 Grad und 180 Grad. Die 180 Grad Klappung der Seitenflachte ermöglicht eine gute Erreichbarkeit mit dem Gabelstapler. Auch hier im Heckbereich haben wir zwei Besonderheiten. Zum einen ein Schubladensystem mit drei Auszügen. Die Belastbarkeit pro Schublade liegt bei 70 Kilogramm. Und für die Fahrzeugsicherheit im Heckbereich eine Rückfahrkamera. Die Kippfunktion des E-Crafter Kippers wird realisiert über einen Schalter im Innenraum, der einfach zu erreichen ist und der Fahrer kann hier über dieses flexible Kabel den Kippvorgang überwachen. Auch das Absenken wird über diesen Schalter gesteuert. Ich hoffe, die Präsentation zum E-Crafter Kippe hat Ihnen gefallen. Falls Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie sich vertrauensvoll an unsere Händler. Machen Sie es gut und bis bald!